Wir wollen die Klamotten nicht an Models zeigen, sondern an normalen Menschen, wie man sie auf der Straße sieht. Weil gerade das echt ist. Und das ist so angenehm, dass man da Leute findet, die so sind, wie man selber auch. Das hat mehr Persönlichkeit. Aha, so würde das also auch bei mir aussehen. Und das macht es eben so authentisch. Das passt zu Silomone. So sind wir. Ein Unternehmen von Menschen für Menschen. Da kann man hingehen, da wird man gut beraten. Ein bisschen offeneres Umgehen, halt eben wie mit Freunden. Damit sie zufrieden nach Hause gehen können und auch zu Hause vor dem Spiegel sagen, dass sieht toll aus. Dieses erste Mal vor der Kamera richtig nervös. Das ist eine tolle Erfahrung auf jeden Fall. Das ist so eine ganz lockere Atmosphäre und man hat trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass man wie ein Model behandelt wird. Ich bin schon zum dritten Mal jetzt dabei. Selomone sucht echte Freunde. Jetzt mitmachen. Und bewerben. Jetzt bewerben. Und gewinne einen coolen Beatles für ein Jahr. Ja! Jetzt mitmachen. Jetzt mitmachen. Das ist eine kleine Art.